Wir sind hier, um uns wieder zu erkennen, das was wir wirklich sind, unsere wahre, fundamentale Natur. Unser Ego, unsere Persönlichkeit ist immer da und versucht, mehr geliebt zu werden, mehr Erfolg zu haben, mehr Reichtum, weiter zu kommen, versucht, versucht, versucht. Aber es gibt einen Ort, wo du nicht versuchen musst, wo du genau du selbst sein kannst, wo du frei bist. Und wenn du diesen Ort findest, dann bist du dankbar für jede Sekunde in deinem Leben. Du bist dankbar, dass du lebst. Du freust dich. Weil du dieses Leben bist. Es ist ein Ort, wo dir klar ist, dass das andere nur eine mentale Illusion ist. Die kontinuierliche mentale Enttäuschung, dass du etwas besser sein sollst, mehr sein sollst, als du eigentlich bist. Weil hier, hier bist du. Und du bist genug. Du bist richtig. Die Enttäusche отправ